Hallo und herzlich willkommen bei Gartenzeile. Heute wollen wir uns wieder einmal mit dem umfangreichen Thema Gartenbewässerung befassen. Hierfür testen wir die Bewässerungssteuerung von Gardena. Lasst uns gemeinsam schauen, wie der Computer sich in der Praxis schlägt. Viel Spaß beim Schauen. Die Bewässerungssteuerung Select von Gardena liegt preislich bei rund 67 Euro. Neben diesem Modell gibt es auch noch weitere Ausführungen des Herstellers. Die Produkte haben wir für euch in der Infobox verlinkt. Übrigens haben wir weitere Bewässerungscomputer, zum Beispiel von Parkside, getestet. Den Link zum Video findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Die Bewässerungssteuerung Select ist ein Gerät, das die vollautomatische Bewässerung des Gartens ermöglichen soll. Hierfür lassen sich bis zu drei verschiedene unabhängige Zeitpläne erstellen, die in einem Zeitintervall von bis zu sieben Tagen einstellbar sind. Die Steuerung kann bis zu einem Wasserdruck von 12 Bar angewendet werden, der Mindestwasserdruck sollte mindestens 0,5 Bar betragen. Die Mindestwasserdurchflussmenge sollte 20 bis 30 Liter pro Stunde betragen, damit die Steuerung sicher schaltet. Die Bewässerungsdauer reicht von einer Minute bis knapp acht Stunden im Maximum. Schauen wir uns den Gardena Select einmal an. Im Lieferpaket enthalten sind neben der Steuerung selbst die Bedienungsanleitung und ein Wasserhahnadapter von einem Zoll zu dreiviertel Zoll. Die Steuerung wird mit einer 9 Volt Batterie betrieben, die nicht im Lieferumfang enthalten ist. Im Adapter befindet sich ein herausnehmbares Sieb, das eventuelle Verunreinigungen im Wasser herausfiltert. Da wir unsere Steuerung an einem Brunnenanschluss mit eisenhaltigem Wasser montieren wollen, ist ein solches Sieb von Vorteil. Zunächst muss die 9 Volt Batterie in die Steuerung eingesetzt werden. Hierzu kann man die Steuerungseinheit vom Gehäuse trennen. Anschließend stellen wir die Uhrzeit und Wochentag ein. Die lässt sich über den roten Drehknopf leicht auswählen. Der Batterieladestand auf dem Display kann abgelesen werden. Der Hersteller gibt eine Lebensdauer der Batterie von etwa einem Jahr an. Nun müssen wir den Select nur noch an unseren Wasserhahn anschließen und den Hahn aufdrehen. Die Steuerung ist leicht schwenkbar. Das Einstellen eines Bewässerungsprogramms ist recht einfach. Zunächst legt man eine Startzeit fest. Dieser sollte entweder am frühen Morgen oder am späten Abend erfolgen, da dort vor allem in den Sommermonaten am wenigsten Wasser verdunstet. Dann wird die Gesamtbewässerungsdauer eingestellt und die Wochentage, an denen die Bewässerung stattfinden soll. Hierzu kann man mithilfe des Drehknopfes die Wochentage aus- und einblenden. Wir werden unsere Rasensprengler an den Gardena Select anschließen und stellen die Bewässerung auf die Abendstunden ein. Die Steuerung startet und beendet die Bewässerung nun zu den eingestellten Zeiten. Möchte man die Bewässerung für einen gewissen Zeitraum ausstellen oder ein anderes Programm laufen lassen, setzt man das Programm einfach auf Off. Mit dem Entwässerungsknopf kann man außerdem eine manuelle Bewässerung starten. Hierzu wird der kleinere Knopf auf der Steuerung gedrückt und es kann losgehen. Durch ein erneutes Drücken kommt man aus dem manuellen Modus wieder heraus. Das Zeitintervall der manuellen Bewässerung kann von einer Minute bis maximal knapp zwei Stunden eingestellt werden. Man kann zusätzlich eine Tastensperre einrichten, indem man den großen Drehknopf für mindestens drei Sekunden drückt. Das Entsperren funktioniert ebenfalls durch dreisekündiges Drücken. Das ist besonders vorteilhaft, wenn man kleine Kinder hat. Wir werden den Gardena Select den Sommer über einmal testen und vielleicht zum Saisonende einmal ein Fazit bezüglich Lebensdauer, Effektivität und Zustand des kleinen Siebes nach mehreren Monaten Gebrauch abgeben. Wir hoffen, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Schaut euch auch gerne unsere weiteren Videos und Produkttests zum Thema Gartenbewässerung an. Die Links findet ihr in der Videobeschreibung. Bist du eher ein Freund des schriftlichen Wortes und interessierst dich für das Thema Garten? Dann schau auch gerne in unserem Gartenmagazin unter www.gartenzeile.de oder auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Bis zum nächsten Mal!